Herzlich Willkommen zu VfL Garching TV. Heute mit Pippo. Pippo, heute Gerr Pollach 0 zu 0. Das ist dein drittes Spiel in dieser Saison. Nach der Rückkehr zum VfL Garching. Erstens, was hat dich dazu bewogen, wieder zurückzukommen? Ach ja, ich habe eine super Zeit in Garching gehabt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hat mir den Start in München zum Studium erleichtert. Nette Leute hier kennengelernt und guter Fußball wird ja auch gespielt. Und dann dachte ich mir, als die nach dem Ausland wieder nach Hause kamen, nach München, dann wollte ich wieder anfangen und da war Garching die erste Adresse. Man hat auch gesehen, du bringst uns auf jeden Fall ziemlich viel weiter, weil heute hast du ein überragendes Spiel gemacht auf der linken, hinteren Seite. Gegenspieler Maximilian Schuster von Pullach, meiner Meinung nach einer der besten Außenspieler in der Liga, muss ich sagen, hatte heute nicht viele Aktionen und hast du, glaube ich, gut dagegen gehalten. Ja, ja, heute war es ganz gut. Also ich bin ganz gut klargekommen mit dem Schuster. Er ist natürlich ein schneller Spieler, aber ich sage mal, wenn man relativ nah dran ist, wenn man am Gegner dran ist, kann er seine Schnelligkeit schlecht ausspielen. Und das habe ich versucht. Der Daniel hat im Vorfeld zu mir gesagt, ich muss versuchen, ihn zu attackieren, ihn unter Druck zu setzen, ihn nicht drehen zu lassen. Und ich muss auch sagen, die Bälle aus der Mitte kamen auch nicht in die Spitze, also hatte er wenig Möglichkeiten. Unser Mittelfeld hat das ganz gut gemacht. Auf jeden Fall heute Punkt Gewinn oder Punkt Verlust? Nein, für mich ist es ganz klar, dass sie zwei Punkte verloren haben. Also ich wollte zu Hause gewinnen, auch wenn Pullach als Tabellenführer kommt. Ich wollte unbedingt gewinnen. Also ich will nicht unbedingt oben mitspielen, aber jedes Spiel am besten gewinnen. Die Bayernliga ist geil und wenn du zwei gute, drei gute, richtig gute Möglichkeiten hast und das Aluminium den Gegner rettet, dann ist es schon ärgerlich, sind zwei Punkte verloren. Okay, dann heute zwei Punkte verloren und dann am Mittwoch gewinnen wir drei? Ja, klar. Also im Land zu gehen wir wieder alles. Es ist zwar auswärts, vielleicht spielen wir etwas tiefer, aber wenn wir unsere Aggressivität an den Tag legen, dann können wir im Land wieder aufschlagen, auf jeden Fall. Also da du ja schon angesprochen hast, du studierst in München, kommst ja aus etwas nördlicher. Noch ein paar Worte an deine Freunde, Familie? Ja, ich bin immer ganz begeistert. Die aus dem Norden schauen immer fleißig die Videos und dann auf diesem Weg vielen Dank dafür. Liebe Grüße nach Hause. Dankeschön. Danke in den Norden. Okay, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg. Spiel weiter so, ist echt überragend. Danke dir. Danke auch. Danke.